So, da wären wir wieder. Es ist voll ungewohnt, dass man beim Master System so leicht Start drücken kann, weil beim, zumindest beim Master System 2 war es so, geht da nicht rechts lang. Rechts ist echt Hölle da auch zu kommen, weil, ich werde es euch gleich zeigen, hier, wenn man auf den, Moment, auf irgendeinen muss man springen und dann landet man öfters mal auf dem da drüber und das scrollt dann den Bildschirm nach oben und das heißt, du bist tot, wenn du abrutscht. Bam, du bist tot. Da! Zum Glück ist da unten gleich ein Dings. Oh, ich glaube, hier sieht meine Maus, oder? Keine Ahnung. Äh, äh, ich kann nochmal einen sinnlosen Fakt weitergeben. Ähm, Sonic, also der Entwicklungsname, weil da, da war gerade schon wieder so eine Stelle, wo du dann auf dem da drüber landest und der wird schon nach oben. Umscrollt und wäre ich jetzt runtergefallen, vor allem, weil die Teile ja auch runterfallen, dann wäre ich tot gewesen. Ähm, ja, der, also der Entwicklungsname, weil, äh, Spiele und Konsolen werden ja nicht unter dem Namen, ähm, da, ne, ich lass mich nicht verarschen. Ja, äh, wenn nicht unter dem Namen produziert, wo es dann rauskommt, zumindest meistens nicht. Zum Beispiel, wusstet ihr, dass der Gamecube während seiner Entwicklungsphase Dolphin hieß? Naja, Nintendos Dolphin. Vielleicht werdet ihr mal, wer, wer, wer wird Millionär das gefragt und wegen mir wisst ihr das jetzt? Ja, und Sonicys Project Needlemaus, also Nadelmaus, was ja ein Igel ist. Und jetzt kommt der Boss, wo ich alle meine Leben raushauen werde. Denn ich bin so schlecht in diesem Boss. Okay, wir haben einen Diamanten vergessen, ist auch egal. Also, ich kann mal sagen, dass es mit dem Diamanten ist, man bekommt ein anderes Ending, wenn man alle sammelt. Aber das Ending kann ich euch mal erzählen, wie es aussieht. Könnt ihr auch auf YouTube nachgucken, braucht ihr nicht in diesem Video gesehen. Ähm, Sonic rennt durch die Gegend. Zum Schluss holt er alle Diamanten raus und die schweben da in der Luft rum. Super. Da ist das andere Intro genauso spektakulär, weil da Sonic nur rumsteht. So, ich muss mich jetzt konzentrieren. So. So, wie ich jetzt nicht viel rede. Weil ich habe keine Lust, jetzt hier wieder mein ganzes Leben rauszuhauen. Weil die Kugeln tun ja nicht nur weh. Auch wenn die verpuffen. Und hier, nehmt hier Anlauf. Wenn ihr von da losspringt, ist es meistens so, dass Sonic nicht springt und die einfach weiterlaufen und dann runterfällt. Ist mir nicht nur einmal passiert. Huh, gleich bin ich erstmal geschafft, wow. Oh, vielleicht hilft Komitein ja wirklich beim Spiele spielen. Das ist super. Ja, Pass 3. Geschafft. Da da. Jetzt brauche ich mir auch nicht den letzten zu holen, weil es wäre sinnlos, wenn ich die jetzt einsammle. Und ihr seht ja, wo der ist und wie ihr den bekommt, werdet ihr dann müsst ihr selbst rausfinden, weil ich weiß es auch nicht. Hä? Warum sieht das Level jetzt anders aus? Ne, doch nicht. Okay. Ähm. Ja, wir gehen hier lang. Die ganzen Leben einsammeln brauchen wir nicht, weil wir eh genug Leben haben. Ähm, springt hier nicht runter. Da unten sind Stacheln. Und da seht ihr sie. Stacheln. Und ja, dieses Level ist eigentlich das nervigste von allen, weil man einfach nicht rennen kann. Sonic ist ein sauschneller Igel. Man kann nicht rennen, weil man unter Wasser ist. Und es ist nicht nur so unter Wasser wie bei Mario, dass man ein bisschen schwimmen kann. Nein. Man ist wirklich Zeitlupengeschwindigkeit hier. Guckt euch das an. Na, 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 na. So. Hier ist wieder der Checkpoint. Komm raus, Blase. Und die Blasen sind doch das nervigste. Und dieses Geräusch verursacht immer noch Albträume bei mir, wenn die Zeit langsam knapp wird. Ja, los. Der schießt seine komischen Pillen hier ab. Soweit alle weg sind. Einfach nur hier runtergehen. Puff, sind sie weg. Jetzt hören wir noch die. Und die Blasen haben die Angewohnheit, wenn man wirklich mal keine Luft mehr hat, fast, dann zieht er die 10 Heldzeilen runter. Und wenn man dann an der Stelle ist, wo die Zahl 1 ist und man steht da rum auf diesen Dinger und wartet, bis diese Blase kommt, die hat die Angewohnheit immer dann zu kommen, wenn man gerade gestorben ist. Muss ich mal ganz gemein sagen zu denen, ja. Ist echt gemein. Und ja. Und vor allem, was ich nicht verstehe, aber das werdet ihr gleich sehen, ja, brauche ich nicht sagen. Äh, ja, ist okay. Dann muss ich mal gucken, was hier jetzt mit dem? Ne, ich glaube, das wäre erst beim nächsten. Wie? Und hier, da ist ein Trick da, seht ihr, äh, Ringe. Also für so ein Ding, für so die Ringe, die sind Fernsehdingern, gibt es immer 10 Ringe und wenn ihr da auf den Scheiter geht, dann wird es zum Leben. So, das ist immer noch recht einfach. Wenn auch nervig. Ist ja auch egal. Wir gehen weiter. Da, 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 da. Ja, mach hin, wir haben zwei Diamanten. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Da, 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 Labyrinth. Dumm. Oh, jetzt habe ich vergessen, was ich aufgenommen habe. Okay, dann werde ich jetzt mal nicht schneiden. Spiele jetzt bis zum Schluss durch. Mir egal. Und ich hoffe mal, dass es hier nicht so lange dauert. Äh, nee, da brauchen wir nicht lang. Da gibt es nur ein paar Münzen, glaube ich. Also das Labyrinth will ich wirklich nur schnell hinter mich bringen. Egal, was es hier einzusammeln gibt. Und ich will nur hier durch. Und dann ganz schnell weg. Obwohl die nächsten Level auch scheiße sind. Verdammt. Äh, renn, Sonic. Was machst du? Da unten, da unten. Los, kommt, 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 kommt. Los, 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 los. Ich sehe es schon wieder kommen. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. Ah, eine Blase. Ja. Okay. Da waren die Blasenmacher mal nett. Vor allem kommen immer zwei nacheinander. Wenn man dann tot ist, dann sieht man da, wie zwei kleine, wie zwei große Bläschen da rauskommen. Und ihr wisst nicht, wie sauer man danach ist. Glaubt mir. Das ist echt schrecklich. Ja, spring doch jetzt mal schneller, Mensch. Wir haben keine Zeit. Und dann sehen wir, wie schneller ich schaffe als der tolle Igel. Das wäre natürlich toll, weil er ist der tolle Igel. Und Sonic ist ja nur der zweitollste Igel der Welt. Also würde das heißen, dass meine Awesomeness größer als seines? Ja, meine Awesomeness. Ganz einfach, weil ich das Wort Awesome mag. Los. Ich brauche Luft. Verdammt. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Ja, da oben ist jetzt das nächste Luftding. Los. Blase. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Geschafft. Bam. In your ass. So. Jetzt gibt es den nächsten Diamanten. Passt auf. Ich werde versuchen, dass ich ihn bekomme. Nee, jetzt müssen wir das Ding hier mitnehmen. Das macht uns unbesiegbar. Jetzt versuchen wir jetzt schnell möglich durchzukommen. Ah, verdammt. 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 Schaffe ich nicht mehr. Schaffe ich nicht mehr. Verdammt. Verdammt. Nein. Verdammte Scheiße. Okay. Hat nicht mehr geklappt, weil hier müsste man damit lang und dann da unten kann man dann durch die Stache, wenn man unsterblich ist. Oh, ich kann ja mal versuchen. Verdammt. Okay. Dann nicht. Okay. Wir können es ja nochmal versuchen. Wir haben ja genug Leben. Schaffen wir. Weil der Boss hier nach ist wirklich Pipi-Fucks, sag ich mal. So wie man das hier sagt. Ja, natürlich. Zumindest hat er wieder... Los, Bubbles. Yeah. Oh mein Gott. Los, runter, 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 runter. Yeah. In your ass, man. So. Ich bin jetzt hier. Los, fahr hoch. Dum, 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 dum. Ich finde ja auch, die Musik hier... Man muss ja auch... Ja, ist klar. Warum bist du nicht nach links gegangen, Sonic? Ja. Man muss auch mal sagen, die Musik in Wasserleveln ist immer wieder toll. Ich hasse Wasserlevel, aber die Musik darin ist... irgendwie cool. Gucken wir, ist da jetzt noch so ein Unsterblichkeitsding? Okay. Jetzt stelle ich mich doof an. Was nicht gut ist. Denn ich sehe es schon wieder kommen, dass ich alle meine Leben verliere. Obwohl wir ja nur noch neun haben. Da stelle ich besser an als vorher. Ich habe es heute zweimal durchgespielt. Mit Safe States, muss ich mal sagen, weil... Ich einmal verreckt bin. Aber... Ich muss ja sagen, als ich den Safe State dann benutzt habe... Oh, dich nehme ich mal lieber mit. Als ich den Safe State benutzt habe, bin ich nicht mehr gestorben. Das heißt, hätte ich ein Leben mehr gehabt, hätte ich es geschafft. Ich würde mal sagen, wenn wir jetzt hier so viele Leben haben... ... und ich nicht vorne dauernd abgekratzt bin... Ähm... Schaffen wir, wa? Schau mal, machen wir. Das machen wir. So, durch hier. Dum 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 dum. Ich höre die Musik ja nicht wirklich, weil... ...wenn ich die Musik jetzt lauter machen würde, würde ich mich lauter hören. Und das wäre nicht gut. Oh, Moment. Nein, ich hol mir den. Ich hol mir den. Ich hol mir den. Ich versuche mir den jetzt zu holen. Egal wie. Okay, nicht egal wie. Es gibt ja nur einen Weg, den zu holen. Los, schnell. Yeah. Und... Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer von euch damals Nintendo und wer Sega Kind war. Hä, warum ist denn das Wasser jetzt höher? Ach so, es schwankt dann dauernd? Cool. Wer von euch war damals Sega oder Nintendo Kind? Ich muss sagen, ich habe angefangen... Ich habe wirklich angefangen zu spielen mit... Ach, die habe ich jetzt schon eingesammelt. Als ich gestorben bin. Okay. Okay, okay, okay. Wurm! Ja, es ist jetzt aber wirklich doof, dass ich den vom, ähm, einen Level da nicht mitgenommen habe. Boah, gibt es fünf oder sechs Diamanten? Eigentlich dürfte es ja nur... Ja, das ist jetzt noch nicht. Ja, das ist ja nur... Das ist ja nur... Ich habe mich da.